Wachstum 1% Meine Larven Ja, jetzt liegen überall Larven rum Ungewöhnlicher Ja, im Moment Nicht, aber ich gehe noch mal Honig ernten Aber auf die richtige Seite Warte mal, was ist da drin Willst du mich? Ja, genau So, falls ich hier noch irgendwo Kobalt finde Nehme ich es natürlich mit Nein, ich Boah, bin ich erschrocken Wieso haben wir wieder alles außer Kobalt hier? Ah, da kommt ja welche Platz, Platz haben wir Das ist jetzt nicht das große Problem Oh, oh Ja Und ich bin relativ ausgehungert Wow So, weil das ausgehungert macht ja nichts Da habe ich die noch Da habe ich die noch Was ist das eigentlich Was da drin ist Ja Wie getan Der Wahnsinn Hallo Politium geht immer Oh Oh Eisen Eisen Noch eins Noch eins Können wir doch lassen, oder? Was ich jetzt gerne wüsste Wir haben jetzt wieder was Neues entdeckt Wir haben jetzt wieder was Neues entdeckt Nicht, dass man es jetzt hier sehen wird Ach, warte mal Da war doch das mit dem Screenshot Hm Guck ich mir gleich mal an Würde ich sagen Ich mache jetzt hier mal kurze Pause Bis gleich So, da ist er wieder Da die Zeit ja stehen Blieb Ist natürlich auch noch nichts fertig Aber Oh, ich habe natürlich vergessen Nach dem Screenshot zu gucken Ja, und ich habe vergessen In welche Richtung ich wollte Super So Weiß ich wieder was ich wollte Wo Hier Sag mal Wo habe ich noch Heizungen? Ach Hier habe ich noch Heizungen Und da ist das Ding 38% Es gibt aber Wahrscheinlich Drei oder vier Wohnen Und Ne, das ist Doch Ach, das ist eine Biene Oh So, dann Kleinen Moment Ich schaue mal nach dem Screenshot Kann ich das jetzt irgendwie Ja, hier So Bin sofort Wieder da Wo habe ich das denn Hingeladen? Na Da Hat er es nicht hochgeladen Muss ganz kurz gucken Wo ich Hochladen Wohin Wohin Na Na Ja Toll Weißt du Dann mache ich ein Screenshot Habe ich hin Habe ich hin Jetzt Hilfe 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 weißt du was so kurz ist ne bevor ich hier verhunger und verdurste dann habe ich mir einen Stift und hole es mir nochmal ach vorher würde ich aber noch was anderes gucken und zwar würde ich gucken ob ich diese ganz 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 spezielle Pflanze vielleicht doch hier finde weil ich weiß ja nicht wann die wächst sicher ist sicher aber hier oben ist wahrscheinlich eher Fedeanzeiger ja es ist ja so weit ganz ganz vergess ich habe es ganz vergessen hörst du auf damit eigentlich kann ich jetzt den Weg haben wir hier ja gut ne im Moment nicht so da sind die beiden Säulen wirklich nichts das ist mir jetzt erstmal egal was doch offen ja gut okay ich bin doof na und zack ist vorbei mit hey super nein bum 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 tada so ähm ähm na genau wie war das wie immer geht es jetzt hier damit ab gut ja und da sind wir hier war es nicht wo war es noch eins weiter genau ja hier war es an der letzten Stelle kein Minus kein nichts ein bei mir ist es ist nicht irgendwie man hat bei mir wieder ordnung geschaffen. So, kein Minus. Gut. 1, 5, 6, 5. 1, 0, 9. 2, 5, 0, 0. Öffne. Da ist aber jetzt nichts drin. Wenn ich das da reinmache, dann liegt das da. Muss es einfach mitnehmen. So. Das da ist eine schlechte Idee. Also wieder zurück. Zum Glück habe ich ja noch einen Sauerstoff dabei. Den wollte ich zwar nicht verwenden, aber ich muss wohl. Kann ich das lesen? Ja. Ui, das war etwas knapper. Aber 0,5 pro Sekunde. Das wird ja immer mehr. Dauert nicht mehr lang und ich kann einfach so atmen. Gibt es da vielleicht noch irgendwo weiter. Habe ich die Zeit? Klar, habe ich die Zeit. Gibt es da. Gibt es da. Ähm. Ja. Ja. Na, ob wir das noch schaffen? Ohne? Na klar. So, lad mal auf. Jetzt ist die Frage. 1565 ist in der Nähe. Wir müssen das da hinten hoch machen. Was sind wir denn hier? Selten love. Müssen wir? Achso, das ist ja die, die wir nicht mitkriegen können. Weil wir hier nicht rennen können. Doch, wir können. Das hat sich belohnt. So. Okay. Also, wenn wir nach Norden gehen, was steigt dann? Hinten und vorne. Wenn wir ganz nach Norden gehen, beides. Wenn wir nach Osten gehen, geht hinten runter. Dann, das heißt, wenn wir nach Westen gehen, geht hinten hoch. Hm. Ach Gott, jetzt geht die Katze an, so einen Blödsinn zu machen. Mann, Mann. So, warte. Also, wir müssen nach Westen. Und zwar bis nach genau Westen. Ich glaube, ich muss gleich wieder eine Pause machen, weil die Katze braucht was von mir. So. Wieso geht? Wieso geht? So, ich bin sofort wieder da. So. Weiter geht's. Ähm. Genau nach Westen. Ja, danke. Hier ist schön. War ich hier schon. Ja, dann hier außenrum. Was ist da oben? Wieso wird's immer dann dunkel, wenn ich nicht will, dass es dunkel wird? So, warte mal. Wo? 5, 0, 0, ne? Das andere muss 1, 5, 6, 6. Dann, das heißt, wir müssen dann nach Süden. Ja, okay. Ja. Da ist es. Oh, ja. Alter Schwede. Das ging aber rapide. Da war noch tatsächlich das, was ich brauche. Wasser ist auch da. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieder funktioniert das Ding nicht mehr. Und da members想. Ja. Ja. Und daשובier. Und da.